Hey, sag doch mal! Ich das noch mit dem Traum hingriff! Hast du dich einmal pünktlich gehalten? Wir sind doch pünktlich. Ja, 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 ja. Und dann eine super Abkürzung. Scheiße, ich hab noch nicht auf dem Baustell das einmal gesehen. Ich sag dir, der Benni gleich muttersehen, allein auf dem Geist. Ich hab's dir gleich dabei. Ich hab's selber gesagt. Ja, während der Fahrt? Was ist auf dem Bahnsteig, he? Was ist da? Was ist da? Was weiß ich, wo der Service da aufwirkt? Den Zug ist doch gar nicht da. Fahr dich mal runter, Alter. Fahr dich mal runter, Alter? Fahr dich mal runter, Alter! Jetzt leg mal ganz zu, du Schnarchnase! Schnarchnase? Schnarchnase? Schnarchnase hat er gesagt? Jetzt komm ich!